87% der Menschen machen diese 5 Fehler beim Abnehmen. Und falls du in der Vergangenheit auch schon dazugehört hast, dann ist das Video genau das Richtige für dich, damit du es in Zukunft halt deutlich leichter hast mit dem Abnehmen. Weil das Problem ist gar nicht der Fehler per se, sondern dass du dir das Abnehmen unnötig schwer machst. Denn ich bin mir sicher, du hast mit einer dieser Methoden in der Vergangenheit schon mal abgenommen. Nur, irgendwann konntest du oder wolltest du nicht mehr dranbleiben. Und wenn man dich jetzt fragen würde, ja, was war denn das Problem? Dann würdest du nicht sagen, ja, diese Methode war das Problem. Sondern es würde sowas kommen wie, ja, ich war halt nicht diszipliniert genug. Ich konnte halt nicht dranbleiben. Ich war halt nicht konsequent. Ich habe mich halt wieder hinreißen lassen. Aber Fakt ist, dass es nicht dein Problem ist, sondern dass diese Methoden für jemanden, der viel Arbeit und wenig freie Zeit hat, überhaupt nicht dauerhaft funktionieren können. Und ich will dich gar nicht ewig lange auf die Folter sparen. Wichtig ist einfach nur, dass du das in deinem Kopf schon mal für dich verstanden hast, dass es nicht ein Gendefekt ist von dir persönlich, ein langsamer Stoffwechsel oder dass du null Disziplin für dieses Thema hast, sondern du hast halt bisher Dinge gemacht, die unnötig kompliziert sind. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich das Zeug gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder zurückgefallen, weil ich auch nicht der Mensch bin, der sagt, ich muss tausend Prozent diszipliniert sein und dass ich jetzt aussehe wie ein griechischer Gott, das ist das Wichtigste überhaupt in meinem Leben. Sind wir uns ganz ehrlich, es gibt andere Sachen. Aber trotzdem wäre es schön, wenn die Wampe weg ist, wenn man bei so alltäglichen Sachen wie dem Schuhelbind nicht mehr die Luft anhalten muss und halt anziehen kann, was man will und es halt immer gut aussieht und man sich wohlfühlt. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen die fünf Sachen. Punkt Nummer eins, weniger essen. Ist wahrscheinlich irgendwo logisch, wenn man sagt, ja, ich bin zu dick, das heißt, ich esse wahrscheinlich zu viel. Lösung des Problems? Ja, ich esse einfach weniger. Und das Ding ist, du wirst dadurch abnehmen, definitiv. Erstens, nur ist weniger essen nichts Dauerhaftes, weil erstens, irgendwann hast du Hunger, irgendwann hast du keinen Bock mehr die ganze Zeit zu verzichten und der dritte Part, dein Körper wird irgendwann auch abriegeln, weil der ist ja nicht dumm. Unser Körper ist keine Maschine, wo du A ab reinmachst, B rauskommt und dich mitdenkst, sondern unser Körper ist aufs Überleben getrimmt. Das heißt, hier Fettreserven, die sind gut für den Körper und wenn die jetzt schrittweise weniger werden, weil er merkt, er bekommt einfach vorne zu wenige und die falschen Nährstoffe, dann riegelt er irgendwann ab. Das heißt, das macht wie das Handy. Er produziert nicht mehr auf 100%, sondern er geht in den Energiesparmodus. Und dadurch ist selbst, wenn du diszipliniert sagen willst, ich esse einfach nur noch die Hälfte, wird irgendwann die Abnehmkurve abplanen und spätestens dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, ja, wofür mache ich den Scheiß? Das ist eigentlich, sind wir uns ganz ehrlich. Dann fängt man langsam wieder an, mehr zu essen und nimmt schrittweise wieder zu. Das heißt, nicht weniger essen ist die Lösung, sondern mehr vom Richtigen. Punkt Nummer zwei, Kohlenhydrate rausstreichen. Viele Menschen haben ja im Kopf, ja, Kohlenhydrate machen mich dick. Aber das ist kompletter Quatsch. Woher dieser Gedankengang kommt, ganz kurz wissenschaftlich erklärt. Kohlenhydrate, das sind unter dem Mikroskop angesehen, sind das Glukosemoleküle. Und ein Glukosemolekül hat halt die Eigenschaft, dass es zwei Wassermoleküle bindet. Bedeutet, wenn du mehr Kohlenhydrate isst, dann speichert der Körper automatisch mehr Wasser in deinem Körper. Und da der menschliche Körper zu über 70% aus Wasser besteht, kannst du dir vorstellen, dass das ja logischerweise auch was wiegt. Dementsprechend, wenn ich jetzt mal drei Tage keine Kohlenhydrate esse, dann nehme ich gleich mal zwei oder zweieinhalb Kilo ab. Und sagen mir selber, boah, hey, seit ich keine Kohlenhydrate mehr esse, geht es mir viel besser. Ich habe zwei Kilo abgenommen. Das ist das, was ich immer falsch gemacht habe. Und dann isst du sie mal wieder. Und dann nimmst du plötzlich eineinhalb Kilo zu. Vom einen Tag auf den anderen. Logisch denkst du dir da, boah, die scheiß Nudeln. Ich habe einmal das gegessen, habe ein Kilo zugenommen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das vertrage ich persönlich einfach gar nicht. Ja. Ach, nur würdest du halt auch nicht sagen, wenn du jetzt sagst, du trinkst einen Liter Wasser und du wiegst dadurch logischerweise ein Kilo mehr, würdest du ja auch nicht sagen, boah, das Wasser macht mich richtig dick. Das darf ich jetzt nicht mehr trinken. Ist ja auch nicht der Fall, oder? Und deswegen wichtig auch für dich, Kohlenhydrate sind nichts Schlechtes zum Abnehmen. Kohlenhydrate haben sogar Vorteile auch beim Abnehmen, damit die Verdauung weiterhin funktioniert, damit du auch Energie hast den ganzen Tag über. Deswegen bitte nicht auf Kohlenhydrate verzichten. Punkt Nummer 3 zu denken, Sport ist der essentielle Hebel zum Abnehmen. Gerade wenn du jemand bist, der nicht viel freie Zeit hat, hat Sport eine relativ untergeordnete Rolle zum Abnehmen. Klar, wenn du sagst, du hast nichts zu tun, du kannst 3, 4 Stunden am Tag Sport machen, dann hat Sport auch einen Hebel. Aber so wie in deinem Alltag, was ist denn realistisch? Dass du es vielleicht 3 mal die Woche schaffst für so 45 Minuten, vielleicht eine Stunde mal, aber dann hat es absolut nicht den Hebel. Auch ganz kurz, wissenschaftlich kurz runtergebrochen, eine Stunde Sport, wenn du Gas gibst, verbrennst du ca. 500 Kalorien. Das heißt, das machst du 3 mal die Woche, sind 1500 über die Woche, durch 7 auf den Wochentag, sind ein bisschen mehr als 200 jeden Tag. 200 Kalorien sind gar nichts. So eine kleine Packung Nüsse, hast du ja schon mal gefuttert, so ein paar Erdnüsse, so ein ganz kleines Ding. Das sind 700 Kalorien. Das heißt, du siehst schon mal, wie schnell du die Kalorien, die du dir mühevoll durch viel Zeit auf und ab trainierst, wieder reinfutterst. Das heißt, verstehe mich nicht falsch, Sport ist gut, Bewegung ist förderlich, aber es ist nicht der Hebel, der jetzt direkt dafür sorgt, dass du Riesensprünge auf der Waage machst. Punkt Nummer 4, Uhrzeiten beachten beim Abnehmen. Viele sagen ja, ja, ich sollte abends nicht so viel essen. Boah, das Problem, wieso ich dick bin, ist, ich esse zu unregelmäßig. Aber das ist Quatsch. Das ist wie wenn du sagen würdest, ja, der Grund, wieso ich kein Geld habe, ist, weil ich immer abends Geld ausgebe. Ja, okay, es geht halt darum, wie viel gibst du allgemein aus. Und das ist beim Essen genau das Gleiche. Du wirst nicht auf magische Art und Weise dick werden, nur weil du abends mehr isst, weil da der Körper irgendwie das Essen nicht aufnehmen kann und dann irgendwelche Männchen kommen und die Kremotten engen. Aber nein, das wird nicht passieren. Sondern es geht darum, was nimmst du über den ganzen Tag oder auch über die ganze Woche zu dir. Bedeutet, hör auf, dich unnötig anzuschränken mit irgendwelchen Verzichten von, ja, Frühstück ist gut, Frühstück ist schlecht, abends darf ich nichts essen. Es geht darum, was funktioniert in deinem Alltag und in dem Lösungen zu finden. Und der fünfte und wichtigste Punkt, dass man Sachen macht, die zu extrem sind, wo man eigentlich von vornherein schon weiß, das werde ich nicht mein Leben lang machen. Und ich weiß, du hast wahrscheinlich über das noch nie nachgedacht, weil Abnehmen ja sowas ist, ja, das will ich ja auch nicht das Leben lang machen, sondern ich fange hier an, dann nehme ich 15 Kilo ab, höre hier auf und alles ist gut. Ja, nur hast du wahrscheinlich in der Vergangenheit auch schon gemerkt, dass das nicht so ist. Du kannst hier anfangen, du kannst hier aufhören, aber dieses, dann ist ja gut, das ist in der Regel nicht, sondern logischerweise, wenn du hier wieder aufhörst, ja, dann wirst du auch wieder das Gewicht drauf bekommen. Bedeutet, es ist eine sau-unsexy-Wahrheit, die ich dir jetzt mitgebe. Und deswegen liest du sie auch in keinem Magazin oder sonst was, weil es sich halt besser vermarkten lässt, wenn jemand sagt, boah, dieser Ingwer-Shot, der hilft dir, das Fett wegzubrennen. Die vier Wochen Blitz-Diät, mit der du zwölf Kilo verlierst. Ist halt geiler, wie wenn ein Typ vor dir ist und sagt, ha, 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 lustige Geschichte, du, Abnehmen, das ist so eine Sache, das solltest du eigentlich den Rest des Lebens machen. Ist so, ne, Mann, du hast aber überhaupt keinen Bock, was laberst du? Aber es ist sau wichtig, dass du das verstehst, weil sonst wirst du immer wieder das haben. Gewicht geht runter, ich kann nicht mehr dranbleiben. Gewicht geht hoch. Hm, okay, ich versuch noch mal. Gewicht geht runter, dieses Mal halte ich es jetzt aber. Ah, Gewicht geht wieder hoch. Das ist doch scheiße. Das ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Bedeutet, es geht eigentlich darum, dass du einen Weg findest zum Abnehmen, wo du sagst, das ist ja gar nicht schlimm, das passt ja relativ gut für mich. Ich bin satt, ich esse Zeugen, was mir schmeckt, ich kann auch ab und zu mal ein Bierchen trinken oder ein Glas Wein oder mir meine Lieblingsspeise gönnen und trotzdem nehme ich irgendwo ab. Und ja, das ist machbar. Und das Schöne dann ist nämlich, wenn du keinen großen Verzicht hast, klar, du musst was tun. Es gibt nicht diesen Wunderschake, er trinkt den Kaffee und dann nimmst du ab. Sondern man muss schon ein paar kleine Sachen umstellen, aber es muss nicht so hart sein, wie du jetzt aktuell denkst. Und wie das genau in der Praxis auch funktioniert, dafür habe ich dir ein kostenloses Video aufgenommen, wo das Schritt für Schritt erklärt wird, wie du es zum einen schaffst, Marketing Claim, innerhalb von nur 10 Wochen 12 Kilogramm abzunehmen. Aber, und das ist eigentlich viel wichtiger, auf eine Art und Weise, wo du sagst, hey, das kann ich jetzt beibehalten und ich falle nicht gleich wieder zurück. Deswegen hoffe, Video war aufschlussreich. Bitte jetzt unterhalb von dem Video auf den Link draufklicken. Sieh dir die Schritt für Schritt Anleitung an und dann hoffe ich, es war aufschlussreich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.